Ich bin aus Böckingen im Stadtteil von Heilbronn und der nächste Stadtteil hieß Klingenberg. Da steht Böckingen und der Bushaltestelle in Sachsen. Und welke Klingenberg? Der Bus geht, der Dirk liegt oft, der schlechte Tiefdämmen. Fahren Sie auch kein Klingenberg? Wir fahren auch kein Klingenberg. Halten Sie dort auch still? Wir halten dort auch still. Na dann geben Sie mir ein Billett. Der Vorher rittet Billett und tiederet und spricht. Wenn ich nicht das Sachs war, bekam es ein Nische.